Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Golfit. Ich bin euer Basti, wir sind im Jade Tempel und schauen uns auch diese 18 Löcher dieser Welt an. Ich bin schon gespannt, was uns erwartet. Ich hoffe ihr auch. Ich würde sagen, wir starten das Match. Wir haben 20 Minuten Zeit, auf geht's. Also, was erwartet uns hier? Oh mein Gott, jetzt muss ich da oben reinwerfen, dieses komische Ding. Das war natürlich drüber, das hat nicht gepasst, alles klar. Das war wieder zu viel. Komm schon, oh ja, bleibt drin, Gott sei Dank. Und jetzt reicht das nicht mal aus, dass ich hier reinschießen kann ins Loch. Oh, das gibt's doch nicht. Im ersten Loch schon total verkackt hier im Jade Tempel. Naja, vielleicht läuft ja das zweite Loch besser, aber ich glaube nicht. Da geht's doch darum. Oh, hier muss man von Insel zu Insel kommen. Oh, das wird schwierig. Das wird natürlich schwierig. Äh, das war zu wenig. Das reicht noch nicht aus. So, jetzt aber vielleicht komme ich auch komplett da drüber. Das glaube ich nicht. Ne, reicht nicht. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Power hier. Oh ja, bleibt oben liegen. Aber mit sieben Schlägen habe ich auch dieses Loch total verkackt. Ey, das ist kein guter Start hier, muss ich sagen. Das ist echt kein guter Start. Oh Gott. Wo muss ich denn jetzt hin? Da nach oben, ne? Okay, mal sehen. Darüber muss ich. Also liege ich ja eigentlich zu weit. Zu weit hier auf der Seite. Oh nee, jetzt rollt der auch noch da. Ei, 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 ei. Ich muss dort oben hin zu die Geländer. Ach nein, jetzt habe ich auch noch von ganz vorne angefangen. Jetzt habe ich falsche Tasse gedrückt. Mist. Ah ja, gut. Da steckst du nicht drinnen. Okay, das sieht vielleicht sogar schon besser aus. Mal sehen. Voll reingehauen mit dem letzten Schlag. Mit zehn Schlägen. Oh mein Gott, das wird heftig. Ich denke nochmal, das wird richtig schwer hier. So, Wasserstraße. Das ist cool. Oh, das sieht schick aus. Hier gehen wir ein bisschen weiter weg hier. Oh, das sieht sehr gut aus. Mann. Ich probiere es jetzt erstmal von hier, dass ich hier durch... Oh ja. Woll, drei Schläge. Naja, immerhin. Es kann ja nur besser werden. Der bleibt im Wasser liegen. Das heißt, Ball wird resettet, ne? Ja. Der springt da auch wieder drüber. Und jetzt treffe ich genau dieses komische Ding dort vorne. Ach Mann. Warum springt denn der Ball jetzt so weit? Als muss ich schon da durch so ein komisches Ding da durch. Ähm, ja. Wie jetzt? Du bist daneben gesprungen. Willst du mich veräppeln? Ach du Scheiße. Ich glaube, ich erreiche hier das Ziel gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Da drüben ist es. Wie soll ich denn da hinkommen? Bitteschön. Ich habe nur noch einen Schlag. Naja. Das war's. Kurz vorm Ziel geschehen. Oh ne, ich darf nochmal. Ne, ich darf nicht nochmal. Zehn schlägen und dann ist es vorbei. Okay. Was ist das denn hier? Ist das Wind? Das sieht cool aus. Und ich glaube da... Ja. Ah, da hätte man noch... Okay. Der Wind pustet wahrscheinlich den Ball hier... Genau ins Loch. Sehr schön. Ah, ein wenig kleiner Erfolg wieder mal, würde ich denken, ne? So, wo geht's jetzt hin? Wie soll ich denn da drüber kommen? Hä? Okay. Das war gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Äh, das war zu wenig. Das war zu wenig. Okay. Aber ich darf nochmal von hier. Sehr gut. Oh yeah. Es läuft. Drei Schläge. Loch sieben. Loch acht. Ähm. Tja. Über die Feuerschale oder... Ich hab keine Ahnung. Oder hier nach unten. Ach, da. Okay. Ich hab's gesehen. Ich hab gesehen, wo ich hin muss. Alles klauen dann dort oben durch, ne? Gut. Und natürlich außerhalb der Bahn. Geil. Hm. Das war zu weit nach rechts drüben. Das war auch zu weit drüben. Ich seh, da hinten ist das Ziel. Okay. Aber ich hab nur noch zwei Schläge. Hm. Das war's. Da ist das Ziel. Da hätte ich rumgemusst noch hier. Um die Kurve. Aber ich glaube, die Welt ist die schlimmste, die ich hier spiele. Warum? Na ja. Ich erkenne mich die Ahnung, wo ich hier hin muss. Darüber. Da rein. Muss ich das Ding berühren etwa? Da muss ich da drausspringen. Okay. Oh, nein. Immer zu doll. Immer zu wenig. Also, die Löcher sollen mir mal echt jemanden zeigen, der die schafft. Mit einem Schlag. Ich verkacke schon wieder. Aber sowas von. Ich weiß aber gar nicht, wo ich hier hin muss dann. Weil ich sehe ja da auch kein Ziel. Ne. Das war's, Leute. Das war's. Das dritte Loch, bei dem ich zehn Schläge brauche und nicht ans Ziel komme. Oh, Mann. Holzbrücke. Holzbrücke darf ich nicht nehmen. Oh, Gott. Da rutscht der Ball durch. Alles klar. Oh, Mann. Bis darüber muss ich... Na gut, da ist wenigstens Ziel. Einmal hier rüber. Sechs Schläge. Ist zu viel, aber immerhin wieder das Level geschafft. Also, ich muss auch sagen, das ist am schlimmsten hier. Roll doch da rein. Das gibt's doch nicht. Den Weg hier runter geht's, glaube ich, nicht. So, jetzt da hoch. Also, ich muss mir jetzt den Weg nach oben waren, hier. Eieieiei. Okay. Immer noch zu viel. Immer noch zu viel. Okay, das sieht besser aus. Jetzt am besten dort oben gegen den Gong, oder? Was war das denn? Achso, das war's Ziel. Okay. Na, immerhin war's geschafft. Oh, Mann. Das war doch gar nicht so verkehrt hier. Warum bist du jetzt da drüber geflogen? Bist du jetzt durch die Wand gebackt, oder was? Hä? Eieiei. Willst du mich veräppeln? Das sieht doch noch bergauf, ja. Hm. Okay. Und jetzt? Da drüben ist das Ziel. Wie soll ich denn da hinkommen? Ach, hier oben durch. Okay. Immerhin mit acht Schlägen. Ich glaube, hier hätte man nur sechs gebraucht, oder? Okay. Bleib liegen. Ja, das war zu weit. Das war zu weit. Das muss ich hier rüber noch. Und einfach nur ins... Oh, nein. Wir hast doch einfach nur ins Loch gesprungen, du. Blöder Ball. Also, ich muss schon ganz ehrlich sagen, diese Strecken, die haben es schon echt in sich hier. Muss mich jetzt hier machen? Ach, einfach nur nach oben kommen. Habe ich schon total verkackt. Und jetzt springt der Ball doch noch so. Ei. Okay. Ich sehe zumindest das Ziel, ne? Ich sehe zumindest das Ziel dort unten. Okay. Na ja, immerhin acht Schläge, wenn ich jetzt treffe, wenn ich jetzt treffe, oder war das schon mein Achterschlag? Ne, mein Achterschlag ist das, aber immerhin rein. Was soll man denn? Hole 15. Diese ollen Pfannen, die machen mir das Leben wieder zur Hölle da. Jetzt habe ich zu wenig Power gehabt. Oh, bleib bitte drinnen liegen. Oh, Gott sei Dank. Was ist das denn? Willst du mich veräppeln? Jetzt muss ich da rüber, oder was? Okay, ich sehe aber immer noch kein Ziel. Na ja, da drüben könnte es hier sein A10 Schläger. Ich habe es nicht, ich habe es nicht geschafft. Wieder eine Bahn, die ich nicht gemeistert habe. Okay. Oh, bleibt auch drinnen liegen. Sehr gut, Winzchen. Winzchen. Was hier? So, jetzt müssen wir nur noch dort oben reinkommen. Das reicht aber. Wir müssen noch ein Stück zurück hier. Und jetzt wird es schon wieder, meine Zahl wird es schon wieder rot. Oh, das war zu wenig, ja. Ich habe schon wieder zu viele Schläge gebraucht, eindeutig. Und jetzt komme ich nicht mal bis da rein. Oh Mann. Also ich muss schon echt sagen, ich brauche hier am längsten für diese, für diese Bahn hier. Oh nein, warum bleibst du jetzt genau hinter der Hecke liegen? Nicht schon wieder da nach oben, ne? Stopp, 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 halt an, halt an. Okay, hier werde ich nach oben getrieben. Was ist das? Das 17. Loch? Auch bleibliegen, da drin ist es Ziel. Da drin ist es Ziel. Oh, das wäre fast, hätte wäre das gut gegangen. Naja, wenn es hin so. Wir haben das letzte Loch. Loch 18. Hallo? Einmal da unten durch, oder wäre es Ziel gewesen, warum bin ich nicht da? Wo ist es Ziel? So geht's. Was? So zählt das nicht. Und zählt das nicht. So muss ich über die Dinger hier. Das ist natürlich. Okay. Also ich muss wahrscheinlich über diese Brücken. Ansonsten scheint das nicht zu zählen. Und das zählt auch nicht. Muss ich jetzt hier mit Innschlag rein treffen, oder was? Das kann es doch auch nicht sein. Wie jetzt? Der lag, der lag drinnen, der Ball. Der lag drinnen, ne? Ich bin beim letzten Schlag. Also hier gibt's wahrscheinlich nur ein Hole-in-One. Und ich habe, glaube ich, sechs Mal es nicht geschafft. Habe aber einen Samurai-Hut bekommen. So, einmal, zweimal, dreimal, ne, warte mal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal habe ich es nicht geschafft. Ich habe 142 Versuche gebraucht. Also die Welt hat mich echt getriggert. Wir gucken jetzt mal ganz schnell noch hier in VR-Klassik rein. Aber ich glaube, damit kann ich nichts anfangen, weil wie gesagt, ich habe kein VR. Ja, weil ich glaube nicht, dass wir hier spielen können. Wir gucken mal wirklich da rein. Okay, ich kann mit Maus spielen. Okay. Ich kann doch spielen. Na ja, dann würde ich sagen, wir starten die VR-Training. Wir können sie trotzdem spielen, denke ich mal. Machen 30 Minuten, 18 Löcher. Also sehen wir uns noch einmal. Bis dahin, macht's gut. Euer Basti, Tschüssi. Und bewerten nicht vergessen. Bis dahin, macht's gut.